An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich für die Entwicklung der Menschheit interessieren. Wie kommen zwei Menschen dazu, trotz eines sehr großen Altersunterschieds zu heiraten? Sind die Zeichen deutlich genug und die Herzen bereit zu glauben, dass die Ewigkeit dahinter steckt, tut man es einfach. Dann ist Jesus näher, als man je zu hoffen gewagt hat und jeder Widerstand lässt sich aushalten. Unser Hochzeitsmahl findet in den Suppenküchen der katholischen Klöster München statt und wird durch die liebevolle Zubereitung und Ausgabe der Nonnen und Mitarbeiter erst ermöglicht.